Hallo, ich bin Adnan Baraj, Schauspieler und einige von Ihnen werden mich vielleicht von Türkisch für Anfänger kennen oder auch von anderen Filmen. Ich unterstütze das Projekt der House of One, weil es mir wichtig ist, weil ich es als eine Vision sehe, dass alle drei großen Religionen hier zusammenfinden und man dort zusammen beten, zusammen voneinander erfahren kann. So eine Stätte gibt es bisher nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwo anders, vielleicht in den großen, weiten Städten auf der Welt gibt. Ja, Sie können dabei sein, mit 10 Euro kann man das Haus unterstützen, man kauft dann ein Ziegel. Ich habe es auch schon gemacht, also 10 Euro und man ist dabei. Vielleicht sind Sie auch dabei. Bis bald!